Wir melden uns mit einem Color-Update von Hummel. Die Handball-Kollektion jetzt in der neuen GG12-Kollektion. Was steckt dahinter? Das ist gar nicht so sehr die Farbe, sondern vor allem die Materialien, die hier verbaut worden sind. Denn diese Kollektion besteht zu fast zwei Dritteln aus recycelten Materialien. Also egal ob ihr Schnürsenkel, Lasche, Fersenkonstruktion, die Dämpfung, es wurden teilweise 100% recycelte Materialien hier verbaut. Das heißt, wenn ihr gute Handballschuhe von Hummel haben wollt und auch noch der Umwelt etwas zur Liebe tun wollt, dann ist die GG12-Kollektion von Hummel genau das Richtige.